Robin steht für hochwertige und natürliche Materialien. 100% Natur, 100% Made in Germany. Mehr Infos im Netz unter robin-shop.com Nämlich Simon Meier und Elias Meier, also Familientreffen heute in der Donau-Arena. Und die Partie Eisbären Regensburg gegen EZ Piting beginnt. Und die Eisbären gewinnen das Eröffnungs-Bulli. Schöner Querpass. Und da ist das Tor. Erika Restori. Das 1 zu 0 Powerplay eiskalt ausgenutzt. Dritte Minute. 1 zu 0 für die Eisbären. Gajowski. Und was für ein Traumtor der Eisbären Regensburg, die hier einen wahren Blitzstart, einen wahren Traumstart in die Partie hinlegen. Fünfte Spielminute. 2 zu 0. Jetzt sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Gajowski. Ja, der hat da viel Platz. Eger. Iwisch. Tor für die Regensburger. Eger. Xaver Tippmann müsste es gewesen sein. Mit dem Schuss. Wart man die Wiederholung ab. Bulli-Gewinn von Erik Carrestori. Und Tippmann schlenzt dann einfach mal drauf. Ich glaube da war auch keiner mehr dran. Jetzt haben wir auch wieder die Hintertorkamera mit dabei. Ja, und ich denke der Puck schlägt direkt ein. Ja, wir haben es gesehen gegen Riesersee am Freitag. Und jetzt Gajowski in gewohnter Position auf Diewisch. Ja, Spitzenwickel. Auf Peter Haider. Kein Tor. Zeigt der Schiedsrichter gleich. Diewisch. Und Gajowski da. Abschluss. Gajowski. Gute Parade. Hechen wieder. Jetzt kommt Peiting. Abschluss. Berger ist da. Genau auf den Körper. Martin Loszek. Mit dem Abschluss. Ja, unser Kologe Tobias Biersack wird sich jetzt noch ein Spieler der Eismann schrauben. Wird noch ein Interview geben. Ich glaube. bei mithinminus. Warme Shover. Warme Shivern. Warme Sh välbere. Warme Shimiento Wister deiner. Warme Shände Onemagine. Warme Sh CA, warme Sh Focus. Warme Shepherded Man Sh assuming 있습니다 warme Shuclearianuyu Missisch. Warme Shimmer. Warme Sh ware賞eln cham footsteps unduardian ska.